Wir sind Jugendliche von Frankreich aus und Deutschland und wir sind dank des DFJW hier bei den französischen Filmtagen. Wir können auch sehr viel zusammen machen und es macht sehr Spaß. Wir sind hier, um die Leute in Tübingen zu fragen, was ihre Meinungen und ihre Eindrücke zu dem französischen Filmtag sind. Ich nehme auf jeden Fall daran teil, weil ich es schön finde, mehr von der französischen Kultur kennenzulernen und die Filme immer sehr informativ und auch ganz anderen Humor da kennenlernen kann. Das finde ich schön. Ja, ich finde es spannend, weil es auch oft Filme sind, die nicht im allgemeinen Kino gezeigt werden. Also eher Kunstfilme und man gibt den Kunstschaffenden eine Chance, auch ihre Sachen zu zeigen. Man hat die großen Filme, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu und so weiter, aber die Arthouse-Kinos, Filme aus Frankreich, die hier keinen deutschen Verleiher finden, die sehr gut sind, die kriegen wir hier nie zu sehen. Und da taucht man wirklich in eine andere Filmwelt ein. Weil es einfach Spaß macht, in so einer kleinen Stadt auch einfach mal Leute aus der großen, weiten Welt zu sehen und zu treffen und Filme zu sehen, die man sonst nicht im Kino sieht. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wie die französischen Filme sind durch das Publikum allemand getroffen. Und es interessiert mich auch sehr, die Realisateurs zu treffen. Ich bin zuständig für die Gästebetreuung und da war es meine Aufgabe in den Wochen vor dem Festival, die An- und die Abreisen der Gäste zu buchen, die Hotels. Und jetzt gucke ich halt, dass alles läuft. Ich habe jedem Gast einen Schutzengel zugeteilt, wie jetzt sie zum Beispiel. Sie betreut ja auch zwei Gäste, drei Gäste sogar. Ich mag sehr gerne Frankreich, ich mag auch gerne Französisch und ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, das mal wieder zu üben und so ein bisschen wieder reinzukommen. Und ich gehe auch gerne ins Kino und ich freue mich immer, wenn in Tübingen ein bisschen was los ist. Und deswegen ist es eigentlich die perfekte Gelegenheit, kombiniert viele Dinge, die ich gerne habe. Ich finde das ganz gut, das hat Tradition hier, auch Tübingen und Frankreich. Meine Freundin ist frankophil und da besuchen wir dann entweder Filme hier bei den Filmtagen oder in dem Institut Franco-Hallemand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.